Rotkäppchen-Wolf im österreichischen Burgenland und Ungarn, auch Piruschka, von Ungarisch-Biros. Rot ist ein europäisches Märchen vom Typ HTU 333. Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm als Rotkäppchen an Stelle 26 und geht durch mündliche Weitergabe über Johanna und Marie-Hassen-Pflug auf Charles Perrault's Lepetit-Ceperon-Ruschen-Contest-Dema-Merelle-Oje zurück. Ludwig Bechstein übernahm das Märchen 1853 von den Brüdern Grimm in sein deutsches Märchenbuch als das Rotkäppchen. Überlieferung Die beiden ersten literarischen Rotkäppchen-Versionen stammen von Charles Perrault aus den Jahren 1695 und 1697. Die Brüder Grimm veröffentlichten die Geschichte im ersten Band ihrer Kinder- und Hausmärchen von 1812 unter der Nummer 26. Rotkäppchen gehört zu, den am häufigsten bearbeiteten, interpretierten und parodierten Märchen-Inhalt. Ein kleines Mädchen, Rotkäppchen, dem seine Großmutter einst eine rote Kappe geschenkt hat, wird von der Mutter geschickt, der in einem Haus im Wald wohnenden, bettlägerig kranken Großmutter einen Korb mit Leckereien zu bringen. Die Mutter warnt Rotkäppchen eindringlich, es solle nicht vom Weg abgehen. Im Wald lässt es sich auf ein Gespräch mit einem Wolf ein. Dieser horcht Rotkäppchen aus und macht es auf die schönen Blumen auf einer nahen Wiese aufmerksam, worauf Rotkäppchen beschließt. Noch einen Blumenstrauß zu pflücken, der Warnung der Mutter zum Trotz, der Wolf eilt geradewegs zur Großmutter und frisst sie. Er legt sich in deren Nachthemd in ihr Bett und wartet auf Rotkäppchen. Bald darauf erreicht Rotkäppchen das Haus, tritt ein und begibt sich in bzw. an Großmutters Bett. Dort wundert sich Rotkäppchen über die Gestalt ihrer Großmutter, er kennt aber nicht den Wolf, bevor es ebenfalls gefressen wird. Großmutter und Rotkäppchen werden aber von einem Jäger aus dem Bauch des Wolfes befreit. Bei Perrault erschießt der Jäger den Wolf schließlich, bei den Brüdern Grimm füllt der Jäger dem Wolf stattdessen Steine in den Bauch. Wegen des Gewichts der Steine kann der Wolf nicht fliehen und stirbt. In einer italienischen Version, die falsche Großmutter, befreit sich Rotkäppchen durch ihre eigene Schlauheit und flieht. Der Wolf stirbt anschließend. Interpretation Das Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf kann so interpretiert werden, dass es junge Mädchen vor Übergriffen gewalttätiger Männer warnen soll. Die Moral am Ende des Märchens in der Fassung von Perrault lautet. Nach dem Psychoanalytiker Bruno Bettelheim geht es in diesem Märchen um den Widerspruch zwischen Lust- und Realitätsprinzip. Rotkäppchen sei einem Kind gleich, das sich bereits mit Pubertätsproblemen herumschlägt, aber die ödipalen Konflikte nicht bewältigt hat. Es benutzt seine Sinne. Damit entsteht das Risiko, verführt zu werden. Anders als bei Hänsel und Gretel, wo ebenfalls Haus und Waldhaus identisch sind, sind Mutter und Großmutter hier zur Bedeutungslosigkeit zusammengeschrumpft, dafür das männliche Prinzip in Wolf und Jäger gespalten. Es ist auch möglich, den Weg Rotkäppchens von der Mutter zur Großmutter als sexuelle Initiation zu interpretieren. Die sexuelle Aggression des Wolfes sowohl gegen das Rotkäppchen wie gegen die Großmutter wird dann der ordnenden väterlichen Jägerrolle gegenübergestellt. Auch die sexuelle Gier und hormonelle Vermännlichung alter Frauen, was genau Wolf und Großmutter treiben, bevor Rotkäppchen eintritt, bleibt bewusst unklar, ist ein wichtiges Motiv, das der blümchenhaften Unschuld Rotkäppchens entgegengestellt wird. Rotkäppchen Ursprünge und Entwicklung Das Märchen Rotkäppchen ist ohne Zweifel eine der bekanntesten Erzählungen Europas. Im Laufe der Zeit hat sich die Geschichte in vielerlei Hinsicht gewandelt. Sie wurde immer wieder neu erzählt und neu interpretiert und legte immer wieder neue moralische Aussagen nahe. Auch wurde der Text unzählige Male komplett geändert, ausgeweitet, benutzt, parodiert und als satirische Maske für ganz andere Mitteilungsabsichten verwendet. Es entstanden Fassungen, die die Hauptfigur aus dem Wald in eine neue Umgebung versetzten und eine grundsätzlich neue Handlung erfanden. Im Folgenden soll die Entwicklung der Geschichte an einigen ausgewählten Beispielen deutlich gemacht werden. Entstehung Die Geschichte von dem kleinen naiven Mädchen, das vom Wolf in Tars Licht geführt und wie seine Großmutter schließlich gefressen wird, war ursprünglich eine Volksüberlieferung, die von Generation zu Generation mündlich weitergegeben wurde. Es ist daher unmöglich, einen genauen Entstehungszeitpunkt zu bestimmen. Einer Theorie zufolge, die der Italiener Anselmo Calverti entwickelte, könnte die Geschichte schon in der Frühgeschichte der Menschheit erstmals erzählt worden sein. Sie könnten Erfahrungen verarbeiten, die die Menschen bei einem Initiationsritus zur Aufnahme in den Stammesclan machten. Hierbei wurden sie symbolisch von einem Ungeheuer verschlungen, mussten körperliche Schmerzen und kannibalische Handlungen ertragen, um schließlich wiedergeboren zu werden und damit als erwachsene Mitglieder des Stammes zu gelten. In einigen Rotkäppchen-Versionen taucht auch dieser Kannibalismus wieder auf. Das hungrige Rotkäppchen isst vom Fleisch der Großmutter und trinkt von ihrem Blut, ohne dies zu wissen. Die Verwendung des Wolfes als böse Macht könnte auf die Angst der Menschen vor Wehrwölfen zurückgehen. Besonders im 16. und 17. Jahrhundert gab es, ähnlich wie die Hexenverfolgungen, zahlreiche Prozesse, in denen Männer beschuldigt wurden. Wer Wölfe zu sein und Kinder gefressen zu haben, einzelne Motive der uns heute bekannten Fassung können weit zurückverfolgt werden. So gibt es beispielsweise den Mythos von Kronos, der seine eigenen Kinder verschlingt. Diese können allerdings wieder aus seinem Bauch entfliehen und ersetzen das fehlende Gewicht durch einen Stein. In der Spruch- und Erzählsammlung Fekundarates, die Egbert von Lüttich um 1023 verfasste, findet sich die Geschichte eines kleinen Mädchens. Das in Gesellschaft von Wölfen aufgefunden wird und ein rotes Kleidungsstück besitzt. Die Brüder Grimm, die die einzelnen Texte ihrer Kinder- und Hausmärchen über mehrere Jahrzehnte bis zur Ausgabe letzter Hand von 1857 immer wieder im Sinne der Anpassung an ihre eigenen Absichten wie an die Moden der Zeit änderten und ergänzten. Manche sogar entfernten, schrieben auch von Anfang an ebenfalls laufend geänderte Kommentare zu den Märchen. In der Urausgabe von 1812 geht Rotkäppchen allerdings noch fast ganz leer aus. Es findet sich nur der Hinweis, man habe dieses Märchen nirgends angetroffen als bei Peralt, wonach Tiegs Bearbeitung. Allerdings enthält der erste Band der Urfassung der KHM eine Variante des Märchens, die direkt auf die übliche Fassung des Märchens folgt. Darin lässt sich Rotkäppchen nicht vom Wolf ablenken, geht strax weiter zur Großmutter und erzählt dieser von der Begegnung. Sie verschließen das Haus und öffnen dem Wolf nicht, als der anklopft. Der steigt am Ende aufs Dach, um das Mädchen abzupassen. Die Großmutter lässt nun Rotkäppchen das Wasser, worin sie am Vortag Würste gekocht hat, in einen Steindruck vor dem Haus schütten. Der Duft steigt dem Wolf in die Nase, der vor Gier vom Dach rutscht und im Steindruck ertrinkt. Der Kommentar zum Märchen ändert sich in der zweiten Ausgabe von 1819. Nun erscheint folgende Referenz. In einem schwedischen Volkslied Jungfony Blaskagen eine Verwandte sage. Ein Mädchen soll zum Wachen bei einer Leiche überfällt. Der Weg führt durch einen finstern Wald, da begegnet ihm der graue Wolf. Ach lieber Wolf, spricht es beiß mich nicht. Ich geb dir mein Seidengenähtes Hemd, dein Seidengenähtes Hemd verlange ich nicht, dein junges Leben und Blut will ich haben. So bietet sie ihm ihre Silberschuhe, hernach die Goldkrone, aber vergebens. In der Not klettert das Mädchen auf eine hohe Eiche. Der Wolf untergräbt die Wurzel. Die Jungfrau in Todesangst tut einen schneidenden Schrei, ihr geliebter Hörz sattelt und reitet schnell wie ein Vogel. Wie er zur Stelle kommt, ist nur ein blutiger Arm des Mädchens übrig. Charles Perrault's Petit Chapéron Rouge, eine der ältesten bekannten schriftlichen Fassungen, stammt von dem Franzosen Charles Perrault und wurde 1697 unter dem Titel Le Petit Chapéron Rouge veröffentlicht. Da die Erzählung für die Lektüre am französischen Hof von Versailles bestimmt war, verzichtete Perrault weitgehend auf Elemente, die als Vogel gelten könnten. Die Geschichte nimmt bei ihm kein gutes Ende, die Großmutter und das Rotkäppchen werden vom Wolf gefressen, ohne danach wieder gerettet zu werden. Perrault schreibt weniger ein Märchen als eine moralische Abschreckungsparabel. In seiner Version sind zahlreiche Anspielungen auf Sexualität zu finden. Ans Ende ist zudem ein kleines Gedicht angehängt, das kleine Mädchen vor Sittensträuchen warnt. Perrault hatte die Absicht, mit der Erzählung explizit Verhaltensmaßregeln festzulegen und griff dabei zum Mittel der Abschreckung. Natürlich wurde Perrault's Märchen auch in andere Sprachen übersetzt. So ist es beispielsweise in England unter dem Titel Little Red Riding Hood bekannt. Bereits 1729 wurde Perrault's Märchen von Robert Samba ins Englische übertragen und im selben Jahr veröffentlicht. Ein glückliches Ende auch der Perrault-Fassung tritt allerdings erst das Original verfälschend. In der ironischen Übersetzung der Perrault-Märchen ins Deutsche von Moritz Hartmann im Jahr 1867 auf da war das Happy End des Märchens schon seit über einem halben Jahrhundert Standard in den deutschsprachigen Ländern. Erste deutsche Fassungen Die erste deutsche Übersetzung des französischen Le Petit Chéperon Rouge erschien 1761, da die gehobenen Gesellschaftsschichten jedoch größtenteils der französischen Sprache mächtig waren, fand die Geschichte vermutlich schon vorher auch im deutschsprachigen Raum Verbreitung. Die Fassung, die 1812 im ersten Band der Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm erschien, hat ein gutes Ende, ein Märchenende. Ein Jäger rettet das Rotkäppchen und seine Großmutter aus dem Bauch des Wolfes und füllt diesen stattdessen mit Steinen. Was zum Tod des Tieres führt, dieses Ende ist einem weiteren Märchen entliehen, das die Brüder Grimm ebenfalls aufschrieben. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein In derselben Ausgabe veröffentlichten die Autoren noch eine Art Fortsetzung, in der das Mädchen erneut einen Wolf trifft. Diesmal beweist es, dass es aus dem vorherigen Erlebnis gelernt hat, und alarmiert die Großmutter. Mit vereinten Kräften gelingt es den beiden, das Tier zu überlisten, das schließlich, wie auch sein Vorgänger, stirbt. Das Märchen der Brüder Grimm geht teilweise auf eine Nach-Erzählung von Johanna Haasen-Pflug genannt und L.T., Janet und G.T. zurück. Ihre Erzählungen sind die Quellen für mehrere Märchen der Sammlung der Brüder. Außerdem orientierten sie sich an der erstmals 1800 erschienenen dramatischen Bearbeitung Tragödie vom Leben und Tod des kleinen Rotkäppchens von Ludwig Tieg, die auf der Grundlage von Peralts Geschichte entstanden war. Somit hat auch das Grimmsche-Märchen indirekt Peralt als Vorlage. Allerdings reinigten die Brüder die ursprüngliche Fassung von ihrer Meinung nach zu grausamen, zu sexuellen und zu tragischen Komponenten und passten es so den Ansprüchen des im 19. Jahrhundert aufsteigenden Bürgertums an. Tiegs Bearbeitung des Rotkäppchenstoffes stammt aus einer Zeit großer Unruhen. Die Vorgänge der französischen Revolution breiteten ihren Einfluss nach Deutschland aus und wurden von vielen Intellektuellen begrüßt. Nach dem Machtantritt Napoleons wechselte die Begeisterung über die revolutionären Ideale aber bald zur großen Enttäuschung über die imperialen Bestrebungen des französischen Kaisers. Tieg, selbst zunächst Anhänger der Jakobiner, verarbeitete wohl die Enttäuschung über den Verrat der Revolution zur Errichtung des französischen Kaiserreichs in seinem literarischen Werk, so auch im Rotkäppchen-Märchen. 19. Jahrhundert Im weiteren Verlauf des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts blieb das Märchen in seiner Struktur weitgehend unverändert. Einige Autoren entfernten jedoch auch noch die wenigen übrig gebliebenen Gewaltszenen und Stellen mit sexuellem Unterton, die sie als zu roh empfanden. Meist blieb Rotkäppchen in ihrer naiven und hilflosen Position und wurde vom männlichen Jäger gerettet, was das Frauenbild der Zeit widerspiegelt. In Deutschland wurde das Märchen im 19. Jahrhundert zunehmend niedlicher und christlicher, um es den Kindern zugänglicher zu machen. Die Brüder Grimm selbst überarbeiteten ihre eigenen Märchen mehrmals, bis der Wolf 1857 zum alten Sünder wurde. 1853 nahm Ludwig Bechstein Rotkäppchen in sein deutsches Märchenbuch auf, wobei die Grimm-Schäffassung auch hier als Vorlage diente. Er versuchte zwar, seine Version witziger und volkstümlicher zu gestalten, aber das verlor sich durch seinen gekünstelten Stil leicht im Kindischen. Bechstein tat zu keinem Zeitpunkt als Konkurrent der Märchenbrüder auf. Im März 1826 verfasste Eduard Mörike ein Gedicht namens Rotkäppchen und der Wolf. Hier bereut der Wolf seine Tat und hofft, dass das tote Mädchen ihm eines Tages verzeihen kann. Weitere Versionen entstanden durch Gustav Holting, der auch das Motiv des sindhaften Wolfes verwendet. Moritz Hartmann in seiner Übersetzung per Rauls, wo er den Schluss ändert und Ernst sie wert. Interessanterweise tauchen in den deutschen Bearbeitungen im Gegensatz zu den französischen Versionen selten erotische Elemente auf. Stattdessen wurde viel Wert auf Ruhe und Ordnung gelegt. Alexander von Ungern-Sternberg dagegen setzte Rotkäppchen 1850 er lustig um und parodierte biedermeierliches Benehmen. Anna Kastnopel veröffentlichte ein 1907 Dekasekundenbuch Ein Frauenbrevier für Männerfeindliche Stunden, in dem sie in einer Rotkäppchen-Parodie die lächerlichen Sitten der deutschen Oberschicht behandelt. In Frankreich entstand eine Vielzahl von Adeptionen. So zum Beispiel die Oper Le Petit Chaperon Rouge mit der Musik von François-Adrien Boyle-Dieu und dem Text von Marie G. M. Tholande Lambert. Hierbei handelt es sich um ein sehr sentimentales Musikstück, das in Frankreich und Deutschland, aber auch in England und Amerika Verbreitung fand. Es hat jedoch nur am Rande mit Rotkäppchen zu tun. 1862 verfasste Alphonse Daudet mit Le Romane du Chaperon Rouge ein Werk, in dem Rotkäppchen die spießbürgerlichen Normen der Gesellschaft ablehnt. So zum Symbol des Protests wird aber doch schließlich sterben muss. Das Märchen war in dieser Zeit derart gut bekannt und gegenwärtig, dass es ein wichtiger Bestandteil der Kindeserziehung in allen sozialen Schichten war. Besonders der Aspekt des Gehorsams wurde in den zahlreichen Fassungen, Zeichnungen und Bilderbögen betont. Eine weitere Version lieferte Pierre Camus 1914 mit seinem kurzen Stück Le Petit Chaperon Rouge. Die Eltern von Grünkäppchen werden hier als absurde Figuren dargestellt. Das Mädchen selber dagegen zeichnet sich durch Eigenständigkeit und Schlauheit aus. Es gelingt ihr, sich mit Hilfe von Wortspielen selbst zu retten, indem es nicht die in jenem berühmten Frage-Antwort-Dialog richtigen Fragen liefert und damit den Wolf so aus dem Konzept bringt, dass er schließlich das Haus mit den Worten verlässt, oh, wo sind nur die naiven Kinder von früher, die sich so leicht fressen ließen. Anführungszeichen Punkt Diese Art von Parodie etablierte sich besonders nach dem Ersten Weltkrieg, als auch die Rolle der Frau sich bedeutend änderte. Auch in englischer Sprache gab es zahlreiche Adaptionen, wovon einige wenige ebenfalls parodistischer Natur waren. So beispielsweise »The True Historie of Little Red Riding Hood of the Lamb in Wolf's Clown« von Alfred Mills, der die Geschichte benutzte. Um sich über die aktuelle Tagespolitik lustig zu machen, schon 1890 wurde Rotkäppchen in der Werbung verwendet. Schulz & Company setzten sie in der Starrseife-Reklame ein. Hierbei gab es zwei Komponenten, Moral-Lie. Wenn du in dieser Welt willst sicher sein, vor Gefahr, Hader und Sorge, »Gib acht, mit wem du dich lässt ein und wie und wann und wo?« Moral 2 Und du solltest immer reinlich sein und fröhlich, niemals trübseilblasend, um beides zu erreichen, »Mein Kind, musst du immer unsere Starrseife nehmen.« Vom naiven zum eigenständigen Rotkäppchen Im 20. Jahrhundert wurde Rotkäppchen zunehmend witziger, aufsässiger und auch realistischer umgesetzt. Hierbei ist bemerkenswert, dass viele Fassungen mit ihren ironischen Elementen primär für Erwachsene gedacht waren. 1923 in der Zeit der Weimarer Republik einer Phase literarischer Experimentierfreudigkeit, auch in Bezug auf Märchen, entstand eine stark satirische Version, in der traditionelle Kindererziehung und Vorstellungen von Sexualität hinterfragt wurden. Joachim Ringenatz schrieb, »Kutteldaddeldu erzählt seinen Kindern das Märchen vom Rotkäppchen.« Weder Rotkäppchen selber, noch die Zuhörer, Leser werden hier allzu sanft behandelt. Der Erzähler identifiziert sich mit der Großmutter, die im Laufe des Märchens beginnt, alles zu verschlingen, was in ihre Reichweite kommt. Werner von Bülow dagegen interpretierte »Rotkäppchen« in den 1920er Jahren in extrem rassistischer und übertrieben nationalistischer Weise und sah sogar Parallelen zur Dolchstoßlegende. Sein Essay erschien im Hakenkreuz Verlag. Es gab während dieser Zeit zahlreiche Bestrebungen, sämtliche Grimmscheh-Märchen auf deutschen Ursprung zurückzuführen, was ziemlich aussichtslos war, da viele aus Frankreich oder anderen europäischen Ländern stammen. Es gab jedoch auch Versuche, der nationalsozialistischen Propaganda entgegenzuwirken. 1937 erschien in den Münchner Neuesten Nachrichten eine anonyme Fassung, die hier als Faximile wiedergegeben wird. 1939 veröffentlichte der New Yorker Humorist James Turber seine Geschichte »The Little Girl and the Wolf«, an dessen Ende Rotkäppchen eine Pistole zieht und den Wolf erschießt. Mit Turbers Moral »Kleine Mädchen lassen sich heute nicht mehr so leicht hinters Licht führen«, begannen sich die originalen Charaktere ins Gegenteil zu verkehren. Nach 1945 folgten zahlreiche Parodien, wie zum Beispiel Katharine Storz-Polykäppchen. Die schlaue und furchtlose Polytrick stiert den dämlichen und eingebildeten Wolf ein ums andere Mal aus, ohne dabei die Hilfe anderer zu benötigen. Doch es gab auch ernsthaftere Bearbeitungen, die das Mädchen gewöhnlich ebenfalls eher selbstbewusst darstellen. So auch Versionen feministischer Autoren, ab und zu wurde Rotkäppchen auch mit dem Kommunismus in Verbindung gebracht und dementsprechend gestaltet. Als gemeinsame Grundidee ist zu erkennen, Rotkäppchen ist nicht länger unschuldig, artig und hilflos, sondern intelligent und durchaus in der Lage, sich selbst zu helfen. In einigen Fassungen wird der Wolf nicht mehr als böser Charakter geschildert, sondern als missverstandene Figur, die im Grunde nur ihre Ruhe haben will, so in Philippe Dumas und Boris Moisarts Blaugäppchen Thaddeus Troll schrieb eine Parodie auf Amtsdeutsch. Außerdem versetzte er die Handlung mit Werbesprüchen. Dies soll wohl ebenfalls auf das Thema der Verführung hinweisen. Bei Anneliese Meinert hat die Mutter eine Verabredung, also rast Rotkäppchen mit 180 am Wolf vorbei zur aufgemotzten Oma, die aber eine Britschpartie erwartet. Rotkäppchens Jägerfreund kriegt Kuchen und Whisky. Rudolf Otto Wiemers Wolf bagatellisiert die Geschichte im Rückblick und Rotkäppchen eingeschüchtert stimmt zu. Janoschs elektrisches Rotkäppchen enthält in jedem Satz das Wort elektrisch. Es wird also vom elektrischen Wolf zum Besichtigen elektrischer Lampen verführt und schließlich vom Elektriker gerettet. Bei Max von der Grün wird es durch seine rote Mütze mit dem weißen Stern plötzlich von allen beneidet und gehasst, bis es sie verliert. Bei Peter Röhmkopf nascht Rotkäppchen unterwegs von Kuchen und Wein und zieht in der Hütte dem Wolf den Pelz aus, bis die Oma dazwischenkommt. Roldal versuchte, mit seinem Gedicht Little Red Riding Hood die Lese anzuregen, sich von der traditionellen Märchenrezeption zu lösen und neue Zugänge zu finden. In dem Text stellt Rotkäppchen Fragen zu dem schönen Pelz des Wolfes. Als der verärgerte Wolf sie schließlich fressen will, erschießt sie ihn mit einer Pistole, um seinen Pelz anschließend stolz im Wald umherzutragen. Auch Günther Grass nimmt in die Rettin Rotkäppchen und den Wolf auf und in diesem Roman ergreifen Märchengestalten die Macht, stiften Verwirrung und retten schließlich die Welt. Slavo Mimaro Zeks gelangweiltes Rotkäppchen fantasiert einen Wolf und wird in Wirklichkeit von der Großmutter unterdrückt. Michael Freidank erzählt die Geschichte auf Gossen-Deutsch. Eine weitere Parodie findet sich in Paul Maas der Tag, an dem Tante Mager verschwand und andere Geschichten. Otto Walkes machte einen Sketch aus Rotkäppchen und ließ es auch in seinem Film Sieben Zwerge, Männer allein im Wald auftreten. Der Film Die Zeit der Wölfe verarbeitet das Motiv in einer Fantasy-Horror-Interpretation, während der japanische Anime-Film J.I.N.Roh die Symbolik des Märchens in eine antifaschistische und gewaltkritische Hintergrundgeschichte einwebt. Im Jahr 2004 verarbeitet die französische Sängerin Sasi die Geschichte des Rotkäppchens in dem Sohn T.O.C. T.O.C. T.O.C., in dem sie aller Wahrscheinlichkeit nach ihrer eigenen Entwicklung vom kleinen Mädchen, das die angsteinflößende Geschichte vom Rotkäppchen erzählt bekommt, bis hin zur Frau, die auf der Suche nach den möglicherweise gar nicht mehr existierenden Prinzen eigentlich darauf wartet, vom Wolf gefressen zu werden. Rotkäppchen kommt auch in Kaori Yukis Manga Ludwig-Revolution vor. Parodien von Andreas Jung wird Katharina Krasemann und Klaus Stadtmüller erschienen in die Huren. Karen Duwe erzählt das Märchen in ihrem Buch Grarim von 2012 ironisch nach. Ringenatzpreisträger Achim Amme zieht seit Jahren mit dem humoristischen Live-Programm Rotkäppchen und M.P.C. durch die Lande und veröffentlichte unter anderem einen Rotkäppchen-Blues in seinem Buch Ammes Märchen. Neben den zahlreichen Parodien auf das Märchen, in denen ein Rollentausch zwischen den Hauptfiguren stattfindet, gibt es unzählige Travestien, die das Märchen in Dialekte oder ein anderes Register der Sprache übersetzen. Rotkäppchen auf Bayerisch, aber auch vollkommen seriös in den offiziellen Landessprachen der EU. Dann auf Linguistisch, auf Mathematisch in der DDR, in der SIN, Rotkäppchen und die Psychoanalyse, die Bösen Interpreten. Besonders der Großmutter-Dialog, warum hast du so große Augen und so weiter, wird gern zitiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Märchenrezeption im Laufe der Zeit und mit Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen wie dem Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert oder der Emanzipation der Frau im 20. Jahrhundert fortlaufend verändert hat. Trotzdem ist auch heute noch die Grimche-Märchenfassung in Deutschland am bekanntesten. Einen ganz eigenen Märchenverlauf hat die National Rifle Association entwickelt, bei der Rotkäppchen eine Waffe entsichert. Oh, wie der Wolf es hasste, wenn Familien gelernt hatten, sich selbst zu verteidigen, schrieb Amelia Hamilton, um Kinder für die NRA zu gewinnen. Verwaltender ist immer ein Rundermärchen, um Kinder für die NRA zu werden. Letztlich der Fräule sind ein Rundermärchen. In der sogenannten Verwaltender ist immer eine Rundermärchen, um Kinder für die NRA zu arbeiten. die NRA zu die NRA zu arbeiten, sind immer wieder ein Rundermärchen. Vielen Dank.